Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer Folge von Smite. Hi, heute spielen wir One True God Athena in Match of the Day Omnipotence, das heißt 80% Cooldown, Reduction, Stufe 1 Start, Conquest und normal viel Geld am Anfang. Ich glaube, ich weiß nicht, 1500 oder so ist halt der Standard. Ja, ich probiere diese Runde zu gewinnen. Ich habe genau eine halbe Stunde Zeit, wenn überhaupt. Ähm, mal schauen, ob wir das gewinnen werden und wie schnell wir das gewinnen. Wir müssen das so schnell wie möglich gewinnen. Ich habe halt gar keine Zeit. Äh, 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 was sollen wir haben? Ich, nehmen wir, ja nehmen wir das mit, wieso nicht? In Sentinels, was auch immer. Redrustman hat hier keinen Mana-Verbrauch, heißt also ganz gechillt alles. Und nehmen wir das mit. So, meine Mission ist jetzt aber auch alle zu nerven, mit meiner 2. Wie wenig Kohlenberg wird das Ganze haben? 2 Sekunden. Warte, was? 3 Sekunden. Aber ich werde es runterbekommen können. So, okay, wir spielen One True God Skin, der hat auch einen Special Mode. Kann ich bitte? Hä? Kann ich mal aufhören, Kurs? Bitte? Das ist ein bisschen, dauert ein bisschen lange an. Okay, es hört nicht auf. Wundervoll. Es hört gar nicht auf. Äh. Hallo. Ja, muss ich gut. Dankeschön. Wieso? Da ist Special Mode nicht. Achso, habe ich. Ich bin verwirrt, um ehrlich zu sein, vom Ganzen gerade. Was macht er an dich hier? Was willst du hier? Gibst du deinen Buff? Haha. So. Okay. Wir wollen das schon mal instant fertig machen. So, ich hoffe mal, dass, äh, sie mit mir kommt. Wäre jedenfalls sehr cool. Äh, okay. So, ja, sie ist sofort da. Sehr schön. Klären wir das einfach instantly. Und gehen wir rüber. So, wir können die Gegner super nerven. Ich hoffe, dass es, wird hoffentlich gut laufen. Ich tue mein Bestes. Guten Tag. Humberts und, äh, okay. Cool, dass die Minus mich genervt haben. Wow. Schön, dass die Minus mich eingebloggt haben. Ist ein bisschen kacke. So, okay, nice. War da hinten jemand? Nein, es war nur gewordert gerade. Ach, komm schon. Autsch. Ja, es wird ein bisschen nerviger werden. So, wie es aussieht. Aber gut, ich spiele Athena. Ich bin einfach Athena. Ich bin nervig. Es ist faktisch ein Funfahren. Schade. Weil ich komme ja nicht nahe und dran an die Gegner. Ich muss aufpassen, bevor ich jetzt sterbe. Oh Gott. Ist ein bisschen gefährlich hier. Und er trifft dann Sachen wirklich gut. Ist unangenehm. So. Und aufpassen hier gerade. So. Okay. Ich glaube, später werde ich eh nützlich sein. Es geht gerade einfach darum, dass wir ins Nightgame reinkommen. Und, äh, wenigstens überleben hier den Anfang. Und nicht sterben. Weil es einfach hier gerade sehr gefährlich ist mit diesen Gegnern. Okay. Crazy. So. Kannst du bitte wegbleiben von mir? Dankeschön. Jetzt gehen wir mal nach 1. Bin dann mal raus, I guess. Das ist ein bisschen gefährlich hier. Ich bin tot. Okay. Das ist sehr gefährlich hier gerade. Können wir hier hinten bleiben. Das ist ein bisschen gefährlich. Gefällt mir nicht. Äh. Gefällt mir gar nicht. Ich muss euch backgehen. Ich habe euch gebacked. Wenn ihr mich lassen. Aber ich bin ja eh schnell wieder da. So. Wir können einfach easy rüber dashen die ganze Zeit. Zack. Mit gar keinem Coo-Done. Bis dann nur in 2 Sekunden. Was ja eigentlich ansässig kein Coo-Done ist. Ich habe es mir ganz entspannt gegen sowas wie Nuva oder sowas zu spielen. Aber. Ja. Das ist auch okay. Das hat nur ein bisschen nervig. Ich könnte bitte mit unserem Buff in Ruhe lassen. Ernsthaft. Lass mir den ganzen Coo-Done schon bitte kurz. Ja renn weg Brudy. Schön dass du uns da jetzt verfolgen konnten. Das ist kurz. Willst du nicht wirklich nerven? Schade. Weil ich der bin der nerven wird. So. Schade. So. Skilling meine 2 auf weiter. Desto länger die CC, desto besser. Oder desto dann der taunt. Okay. Wie sagt er da geultet? Oh nein. Jetzt geht's. Ah. Die Nuva-Uls gehen los. Okay. Das ist ein bisschen problematisch. So. Kannst du mir helfen? Wäre cool. Und zwar von beiden Seiten gehen die Nuva-Uls los. Vielleicht geh ich wieder schnell weg. Kauf mir dann mein God of Thieves. Und danach. Best Plate of Determination. Hört sich gleich recht gut an. Nehmen wir mal ein Ward mit. Wir können uns in die Mitte bewegen. Ist glaube ich nicht schlecht. Man wird einfach gar nicht mehr Stealthy arbeiten können. Das ist auch kein Problem. Bekomme ich noch einen Buff? Bitte bitte bitte. Nein. Genau gar nicht. Okay. Schade. Ich finde es cool. Würden die Sachen ein bisschen länger da bleiben. Wenn man in der Nähe davon ist. Ich weiß gar nicht ob es Sinn macht da drüben gerade zu ganken. Ich mache hier glaube ich nicht. Also ich mache. Okay. Die sind eh weg. Weil die wussten dass ich hier bin. Guten Tag. Hallo. Ich werde einfach nur der 5 werden gerade. So. Oh. Sehr schön. Damage mitgenommen. So. Weil ich bin echt Level 3. Äh. Level 5. Sieht sehr gut aus. Uh. In der Mitte ist auch einig. Das ist super. Das ist super. Wenn ich meine. Wenn ich die Fliege über skinne. Ja. Gut. Ich muss aufpassen gerade. Dass die mich nicht zu sehr nerven. Ich kann ja leider nicht mehr machen. Außer Damage taken. Nur war es da hinten irgendwo. Und das mit. Kann ich dir wohl helfen? Ich gehe mal. Ich gehe kurz ab. Ich gehe kurz back. Von dort aus gehe ich dann. Äh. Gehe ich dann wieder rüber. Nehmen wir das Ganze mit. Und. Ulten aber rüber. Guten Tag. So. Oh. Oh. Okay. Gut. Anstuft. Unangenehm. Sehr unfreundlich. Kann man bitte aufhören, Mann? Okay. Ich fände die auch geil. Da würde. Nied vorbeikommen. Aber. Sie lässt mich da alleine vorne fast sterben. Unangenehm. Sehr unangenehm. So. Okay. Sie müssen aufpassen. Einfach irgendwo stehen zu bleiben. Ist nicht das Beste. Entschuldigung. Ich stehe da schon drauf, Mann. Und dann gehen wir wieder weg. So. Vielleicht kann ich drüben helfen. Awesome. Awesome. So. Das ist schon geil von der Tower an. Nein. Ich will eigentlich gar nicht tanken. Nein. Nicht raus hier. Ja, nee. Ich gehe wieder woanders hin. Macht, glaube ich, Sinn. Ach. Okay. Unangenehme Ult, I guess. Gehen wir kurz back. Bitte sagt mich, dass Anubus also so ein bisschen auftaucht. Sehr schön. Okay. Backgekommen. Äh. Okay. Wollen wir jetzt hin ulten? Was macht Sinn? Gehen wir wieder rüber. What's habe ich? Guten Tag. Das... Bruder, hör auf damit. Ist ja disgusting. Sehr ekelhafter Typ. Bist du noch da? Ja, du bist noch da. Sehr cool. Nehmen wir das einfach gerne mit. Zack. Wollen wir mal kurz hier, bevor ich irgendwo ganken möchte. So. Probieren wir kurz weiter zu ganken. Vielleicht kann ich da irgendwie helfen. Hat schon Gas hier irgendwo. Okay. Geil. Das mein... Die Animation kam durch, aber der Rest leider nicht. Ist ein bisschen sehr schade, um ehrlich zu sein. Aber gut. Was soll man tun? Awesome. Sehr, sehr schön. Gehen wir schnell weg. Falls ich jetzt hier von irgendjemand genervt werde. Ja, ich bin weg. Dankeschön. So. Oh, ja. Du kostest noch ein bisschen zu viel. Wohin wollen wir gehen? Gehen wir da rüber. Nein. Wieso? Wohin? Doch. Ey. Das ist zu schlecht. Dieser. Das. Ja, das nervt mich ein bisschen. Nervt mich ein bisschen hart. Also das hat er die ganze Zeit prediktet, wo ich lang, wo ich lang dashen möchte und so weiter. Und 2300 Damage, alter. Warte. Ja gut. Es ist aber alles zusammengezählt von den 10 Milliarden Ulds, die ich von dieser Froh abbekommen habe. Okay, wir kurz Mitte. Hm. Kann dich Nies bitte rüber bewegen? Ich mag das gar nicht. Äh. Nies, bitte. Kann bitte irgendwer helfen? Kann bitte irgendwer helfen? Okay. Ich bin immer back, I guess, weil ich einfach hier alleine gelassen werde. Wundervoll. Okay. So, öffnen wir gleich wieder rüber. So. Gut, ja. Sehr schön. Angenehmt, ob ich noch überlebt. Das macht mich sehr fröhlich. So, aber der Janus ist einfach nervt. Ich komme auch weg, oder? Ich komme auch weg, definitiv. Ich komme noch weeeeg. Definitiv komme ich noch weg mit 40 Leben. So. Ähm. Ich nehme das mit. So, Pass Dance ist eine sehr gute Idee. Laten wir schnell rüber. Ey. Wieso ultert der Typ denn unangenehm? Sehr unhöflich. Okay. Oder auch nicht. Awesome. Bin immer wieder back. Gut, ja. Ultne mich wieder. Hab Spaß. Und ich gehe wieder back. Alles super. Daniel hat sich rüber ultet. Super. Pestilands mit. Äh. Gehen wir kurz da rüber wieder. Es ist so schön. Einfach. Ich kann back gehen. Einfach überall. Gehen wir kurz. Bin ich tot? Ne, bin ich nicht. Unglaublich. Schade. So, es wäre nur cool gewesen. Oh Gott, jetzt sind ein bisschen mehr Fähigkeiten getroffen oder so. Und ich bin eh wieder full life da. So. Guten Tag. Sie ultet, er ultet. Okay, er ultet, er. Komm ich noch ein bisschen hinterher. Nein, die Heilung ist zu hoch. Okay. Wo können wir hinkommen? Ich überlege gerade, was ist eine gute Idee. Guten Tag. Es war so getroffen, man. Wie sind wir denn befreit? So. Bisschen kacke, dass Loki auch gestorben ist. Aber gut, wir haben ein Tautum genommen. Hi, könnt ihr bitte nicht da sein. Ja gut, das ist zu bad. Leider, wenn ich gegen eine Wand laufe, kann ich auch nicht mehr viel machen. So, okay. Wenigstens ist, äh, schon gar gestorben, aber nicht an mir. Ich weiß nicht ganz anders, aber ein Tautum wahrscheinlich eher, weil sie so viel getankt hat. Puh, so, jetzt müssen wir ein paar weitere Tautum nehmen. Super. Ich mag die Zeit gar nicht, das gefällt mir gar nicht. Ich hoffe, dass ich es auch irgendwie schaffe, äh, für heute und für morgen noch das Video hochzuladen. Ich muss noch so viele Dinge tun. Ah, Gott. Das ist... Jetzt bist du so ein Tanky, Mann. Gut, ich mache wahrscheinlich aber nur gar keinen Schaden. Gefällt mir nicht, gefällt mir nicht. Oh Gott, hallo. Das war doch ein bisschen zu viel. Ähm, Bustle Tanky? Ja, aber ein bisschen Tanky jedenfalls. Interessant. Ha. Kann ich leider nicht viel gegen machen. Okay. Und wenn ich den bekommen könnte... Sehr schön. Etna bekommen bin ich zufrieden mit. So. Wir müssen ein bisschen aufpassen. Ich will jetzt Sounder verlieren. Ich möchte wirklich, würde ich nicht verlieren. Ich brauche diese Runde. Ich brauche diese Runde definitiv. Das ist ein bisschen sehr kacke. So, guten Tag. Pow. So, hallo Shanga. Was läuft? Einfach nur nerven. So, wollen wir kurz da drüben. Guten Tag. Kann man in der Mitte helfen? Okay. Das war interessant. So. Gut, ja. Ultet, alle. Bin kurz back. Moment, vielleicht, dass ich jetzt nicht aufgehalten werde. So. Äh. Nimm das mit. Sehr schön. So, perfekt. Perfekt, perfekt. Das war super. Das war jetzt sehr schön gemacht von allen. Vom Team. Vom... Vulken. Und das Schönste ist, ich habe auch back in und bin einfach instant wieder mit meiner Ult. Ich habe einfach Teleport. Also, zehn Sekunden eigentlich, so gefühlt. So, okay. Gehen wir rein. Können beenden. Ne. Äh. Andere muss nicht wieder endbenden müssen, finde ich so was dabei. Da retreaten wir. Lass uns gehen. Äh. Gleich mir den drüben mal an. Außer wenn er das Schütze immer genehm. Also, er sollte auch back gehen. Ist ein bisschen greedy da, vorne back zu gehen, aber gut. Bin da tot. Ja. Er ist zu bad. Äh. Aber wenigstens, alle Wichtigungen sind weggekommen. Ich bin nichts wert. Außer. Also, er ist trotzdem tot. Unangenehm. Unangenehm. Ich hätte den Tower gerne mitgenommen. Ähm. Python will ich eigentlich auch gar nicht haben. Ich will, äh. Crawl Control. Die haben sehr viel Crawl Control. Ja. Immer das mit. Und die haben halt sehr viel Hard Crawl Control. Was natürlich sehr unangenehm ist. Aber naja. Okay. Jetzt gehen wir die drei weiter. Okay. Puh. Aber wir haben einen Phoenix bekommen. Macht mich sehr happy. Und ich habe ja kein Problem damit tot zu sein. Weil ich aber auch sehr schnell wieder da bin. Gehen wir rüber. Ich will zu einem wieder in der Mitte verlieren. Ich bin da auf dem Weg rüber. Vielleicht kann ich das noch hinbekommen. Oh, Leute. Achso. Null davon. Nicht. Okay. Schade. Achso. Hier drüben ist irgendwer. Kommen wir ein bisschen hinterher. Guten Tag. Ähm. Können wir es lassen? Also, ich finde es ein bisschen gefährlich hier. Ich gehe kurz zurück. Ich bin wieder da. Zack. Ich wollte gleich zu Nova ulten. Ähm. Sind wir wieder auf... Okay, warte. Wir können pushen hier. Oh, da kennen wir schon die Minions. Alter, ist die Minion mehr riesig. So. Nerven wir sie einfach hier hinten. Damit sie nicht an unserem Team ran kann. Sehr schön. Okay, mit Tower schnell. Perfekt. Also, wir spielen uns sehr gut. So. Okay. Ey, was war... Oh, fuck. Bin tot, oder? Oder auch nicht. Ich gehe kurz hier nach hinten und... Und schiepfe ich nicht wieder zurück. Huh, das war gefährlich. Haha. Würde ich jetzt mal so ganz leicht lagen. Nehmen wir das mit. Guten Tag. So. Was kann man machen? Wir fahren mal kurz hier drüben weiter mit den... Ähm... Was ist das mit den... Tschau, das ist. Soll ich eine gute Idee? Damit wir gleich unseren Obelisken fertig haben. Wollen wir kurz hier... Zack. Ich glaube, die letzte da drüben. Dann haben wir es, glaube ich, geschafft, oder? Also, er ist noch da. Ja. Super. Hier ist irgendwo eine Nouvelle in der Nähe. Habe ich aber kein Problem mit. Und perfekt. Sehr schön. Ich mache das hier... Schnell in die Mitte gehen. Sehr schön. Awesome. Ich hätte... Ich hätte... Ich hätte nicht getroffen. Gerade. Alter. Äh, verstehe ich es einfach in einer Mission. Na, es wird weg. Das ist ein bisschen langsam. Wollen wir hier drüben angreifen? Ich mache mal kurz den Tower. Guten Tag. So. Hoffentlich sterbe ich dabei nicht. Ich sterbe dabei. Gehen wir kurz raus. Sehr schön. Ich hatte gerade ein bisschen Angst, dass man irgendwo vorbeikommt und mich kehrt. So. Äh, wohin muss ich? Gehen wir jetzt schon in die Renova rüber. Oder Loki? Weiß nicht, wer das gerade ist. Awesome. Das war Loki. I guess. Sehr schön. Wir haben Loki geholfen. Ah, mein Ult ist so stark. Mein Ult ist so stark. Das ist so cool. Was war die beste Entscheidung, Tank zu spielen gerade? Für dieses Team, die... Warte, was weiß ich? Ich nehme mal eine Mann-Waffe mit. Äh, wir haben die Sachen mitnehmen. Ich würde den Tower gerne noch mal gehen da drüben. Es wäre mir sehr... Würde mich sehr fröhlich machen. Sagen wir es so. Weil der Tower da drüben hat so wenig Leben. Das ist einmal extra Gold für uns. Und zweitens einfach kann man dann zu Phoenix gehen. So, ich komme schon in den Tower. Goodbye. Oder auch nicht. Awesome. Sehr, sehr schön. Wow. Scheiße. Ich bin da sehr hart geslowt. Guten Tag. Fuck. Ach, du Kacke. Was geht hier ab? Ich habe überlebt. Ich bin gleich kurz zurück. Ähm, wow. Überlebt. Haha. Oh, fuck. Hättest du nur weiter teleportieren sollen. Das ist ein Problem. War auf dem Weg zu ihr. Scheiße. Hättest du eh teleportieren sollen. Äh, ich nehme kurz den Phoenix mit. Macht, glaube ich, glaube ich, Sinn. Äh... Okay, genug Schaden mache ich nicht. Oh, Booty. Können wir damit aufhören? Okay. Okay, that's too bad. Sorry. Ähm, das ist ja kacke. Äh, äh. Ähm, das ist, äh, ja, schade. Ich hätte sie gerne geultet. Der hätte mit dem Phoenix bekommen. Der hätte vielleicht überlebt. War einfach nicht gut gemacht von mir. Er könnte mit dem Phoenix mitnehmen. Macht dann keinen Schaden dafür. Glaubt irgendwie nicht, oder? Oder macht der nicht viel Schaden. Ja. Das ist aber schade. Äh, aber gut. Passiert. Ähm, ich glaube, ich nehme doch Pride Run mit. Wegen dem Schild. Und der hat natürlich ein bisschen Projection, aber dem Schild, ich habe einfach null Magical Damage. Aber bin ich okay mit, um ehrlich zu sein. Ich bin, äh, gerne einfach nur da und zu tanken. Über rüber. So. Okay, was machen wir jetzt hier? Ich wollte mal kurz hier drüben hin. Äh, ich wohne mal kurz hier drüben. Wieso weißt du genau, wo ich bin? Unhöflich. Ich sehe wer? Drüben ist Nova. Ich weiß nicht genau, wo, aber hier irgendwo ist sie. Unter mir. Da hinten, okay. So. Guten Tag. Und bin wir kurz zurück. Hahaha. Sehr schön. Wir müssen aufpassen. Wir müssen uns, äh, wir müssen eigentlich auch zusammenbleiben. Wäre ja cool, von Loki würde er rüberkommen. Äh. Und ich persönlich. So. Außer. So, wo würde ich noch aufpassen hier gerade? Also, es wäre sehr gut. Schade, wenn jemand getroffen. Ja, gut, gehen wir kurz back. Ich habe, ich habe eine Ult. Ich bin also vielleicht da. Und wir sind Loki rüber. Probieren, ihm zu helfen. Er ist sehr schnell, sehr lau geworden. War definitiv halt seine Schuld. Ich weiß nicht, wieso er es probiert hat. Ohne überhaupt Schaden machen zu können. So. Sehr strange von ihm. Oh nein. Äh, äh, Nova. Äh, nicht. Irgendwer. Zeit, 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 Zeit. Zeit ist noch schlimmer. Ah, Gott. So. Guten Tag. Sehr schön. Ich kann ihn davon abhalten, sich zu heilen. Unangenehm. Da war ich da für 20, wie ich es sieht. 800 Schaden durch Soul Reverse, krass. So. Okay. Sehr schön. Da drüben ist er nice. Jetzt aus Vulkan. Oh, wir sind alle hier drüben. Das ist sehr schön. Dann können die Mälen uns da drüben angreifen. Leider habe ich keinen, also gut, ich würde eh keinen TP haben. Oh, sehr schön. Sehr, sehr schön. Ähm, der Tor drüben ist dann, ist... Sehr gut, das hat er drüben der Phoenix. Hm, also wenn wir ihn pushen könnten, sozusagen. Puh, ist eine ganz schleißige Runde. Ich würde die gerne gewinnen. Oh, sehr cool. Wenn er sie bekommen könnte. So, sehr cool. Ist da noch irgendwer? Unsicher. Ich glaube nicht. I guess. Werden wir das kurz? Haben wir, ich habe jetzt keinen Bock davon, CC zu werden. Also ich wäre sogar happy damit, wenn ich sogar AFK wäre. Das doofe ist, er ist halt sehr tanky. Er baut halt sehr tanky. So, super. Warten wir kurz hier rüber. Awesome. Sorry. Natürlich wollte ich den Kehl nicht haben, aber ich war sehr happy. So. Läffen wir kurz da drüben. Schade. So. Okay, unangenehm. Nehmen wir kurz back. Und ein Wischlanuva. Das mit. So, perfekt. Okay. Werde ich einfach nur nerven hier drüben die ganze Zeit. Mehr kann und will ich gar nicht tun. So. So. Okay. Wir können eigentlich, was können wir machen? Wir können probieren. Also ich gehe kurz weg wieder. Tja. Ich heil mich kurz. So. Und hier partiere ich wieder rüber. Was machen können wir? Auch das hier aktivieren. Schnell. Das Trebuchet aktivieren. Und dann schnell wieder rüber zu kommen. Darf ich auch irgendwann mal auftauchen? Hinter uns ist... Nuva. Oh, hallo. Unstopped. Okay. Das war jetzt besonders. So. Also es wäre cool, wenn wir noch ein bisschen woanders pushen. Dann würde ich das hier ein bisschen besser aufteilen, um ehrlich zu sein. Weil so wie es gerade ist... Leute, macht wieder Falscheins. Ulten wir schnell wieder rüber zu Loki. Guten Tag. Sehr schön. Scheiße, die sind so ein bisschen tot, oder? Vielleicht keine Ult mehr. Musst du zu Loki rüber ulten? In 8 Sekunden erst wieder. So. Achso. Kann ich ihn safen? Schade. Ich hätte ihm gerne geholfen. Äh. Gut. Passiert. Ich weiß nicht, wie worth es war, für Loki, äh, für, für Anwurser zu sterben, um ehrlich zu sein. Ah. Unsicher. Bin mir sehr unsicher. Vielleicht sein wir noch in Obelisken. Holen wir sofort das... Aktivieren aber sofort das Heboche. Wieso nicht. So. Urten wir schnell. Guten Tag. Yes. Eigentlich... Ich würd... Ich würd sehr gerne nützlich sein hier und irgendwas cooles machen, aber... Das geht ja recht schlecht. So. Hm. Hm. Bin unsicher. Ich weiß leider nicht, wie wir die Runde beenden sollen hier gerade bisher. Die Gegner hängen nur unter ihren Tauern und... Äh. Ja, nerven wir uns. Aber ansonsten hab ich nichts Nützliches. Guten Tag. Willst du mich nerven? Okay, mal kurz den Ward. Nerven wir dich ein bisschen. Oh, fuck. Hallo. Wundervoll. Rewards wird. So. Okay. Wir müssen irgendwie einen Weg finden, um zu beenden. Schade. Das ist sehr enttäuschend. Ähm. Hm. So wie es gerade aussieht, ist aber nur eine Runde, die... ...sich zieht und zieht und zieht und zieht und zieht. Wundervoll würde ich gar kein Ende finden, bis halt irgendein Team einfach zu tiltet ist. Und ein Scheiße baut. Ja gut, unangenehm. Und es ist halt genau das. So. Was soll ich irgendwas finden? Hm. Ja, ne, macht keinen Sitz zu bad. Er wird aber back in sein, irgendwie so schnell wie möglich. Oh, fuck. Und wir kurz drüber. Um die vielleicht ein bisschen zu scannen. Oder ich muss die gleich weg so schnell wie möglich. Awesome. Awesome. Das ist ja nützlich gerade. Awesome. Ouch. So, ich geh kurz back. Ey. Gehen wir hier kurz raus. Shit. Ich back. Sehr schön. Äh. Irgendwann noch da? Nein. Gott. Wir müssen... ...wirklich beenden können. Das ist gerade... Äh. Ich weiß einfach nicht, was wir tun sollen. Wir müssen... Wir müssen etwas machen. Ich weiß nicht was. Das zieht sich und zieht sich und zieht sich. Das ist ein bisschen anstrengend. Lass uns gleich Fire holen. Äh. Warten wir auf, dass wir back down oder so. Bin ein bisschen unsicher da hinten. Okay. Warte mal kurz hier. Jetzt haben wir kurz übergewardet. Ich geh kurz back. Puh. So. Okay. Kaufen wir mal neue Wards. Nur wir. Dich. Und dich. Hätte vielleicht das Defense-Teil kaufen sollen. Aber gut. Egal. Hätte vielleicht schon Loki. Loki darf nicht sterben. Scheiße. Loki ist meiner Meinung nach unser wichtiges Spieler. Ja. So. Okay. Gehen wir schnell back. Ach. Scheiße. Ja. Gut. Gehen wir nochmal schnell back. Hm. So. Okay. Diese Runde muss so schnell wie möglich vorbeigehen. So. Es einfach zieht sich und zieht sich und zieht sich. Ich weiß nicht, was wir tun sollen. Wie können wir das Ganze hier beenden gerade? Was können wir machen? Wem müssen wir? Also. Ich bin mir so unsicher. Dann haben wir uns einen Speed-Buff. Loki. Hm. Ach Gott. Loki muss überleben. Ansonsten können wir das nicht machen. Nichts für Spaß. So. Awesome. Shit. Awesome. Ich habe meine Ult. Soll ich jetzt nicht sterben? Ist alles super. Egal. Awesome. Ich bin hier. Wir beenden jetzt. Wir müssen jetzt beenden. Ich denke auch durch. Ist mir egal. Okay. Es muss jetzt beendet werden. Ich kann nicht mehr. So. Awesome. GG. Oh Gott. Das war... Gott, schaffe ich es von der Zeit her? Ich weiß es nicht. Ich hoffe, ich schaffe es von der Zeit her. Aber I don't think so. Deswegen. Gott, diese Runde hat sich sehr lange gezeugen. Ich will die Sets noch schnell sehen. Und dann... Dann war ein für uns. Ich bin so 14 Uhr weg. Und es ist 13.10 Uhr. So. Den Look habe ich schon gespielt. Warte, die bekommen alle mal. Geil. Sehr schön. Sehr, sehr schön. GG. 5, 6, 24. Ich habe 19.000 Schaden. Das ist gemacht. Das war sehr... Das war fast 100.000 Schaden. Das ist crazy. Okay. Gehen wir mal. 16.000, 14.000. Okay. Danke schön, dass du schon mal abonniert. Falls ihr es noch nicht habt. Äh. Wer hat nur 13.000, wer ist 17.000. Äh. Okay. Sehr aber ganz schön. Ganz schön wenig Schaden. Ein bisschen traurig. Passt euch auf. Und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Ciao.